Hallo Leute und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind hier wieder am Wachehaltengrad, weil da irgendwelche Zombies scheinbar ankommen. Oh yes. Ich weiß doch auch nicht. Brace yourself. Oder müssen diese blöde Mauern fertigstellen. Zombies are coming. So und ich hau mir jetzt mal ein First Aid Kit rein. Ich seh aber keinen. Echt? First Aid Kit? Ja, weil manche Leute stehen auf Mauern und schießen mit Crossbows auf Menschen, die eigentlich auf der gleichen Seite stehen. Aber Marki, wer macht denn sowas? Das kann ich dir auch nicht sagen, Zwerg. Sag du es mir. Keine Ahnung, ich spreng hier unten. Ich hab keine Zeit für euren Mist. Ne, also ich seh hier keinen Zombie in der Nähe. Okay, Nina, komm mal da. Ja, ich komm mal. Ich wollte nur gucken, weil ihr das gesagt habt. Zwerg, Cobblestone. Dass Zombies kommen. Wo ist denn ein Cobblestone? Die arbeitet doch schon dran. Zwerg müsste welche organisieren, aber ich kann dir ein paar von den Frames geben. Dann kannst du nämlich die vierte Reihe Cobblestone-Frames da draufsetzen. Setz du die mal und ich füll die oder so. Das geht vielleicht schneller. Ach so, ja genau. Warte, dann brauchen wir trotzdem aber erstmal Cobblestone-Zwerg. Ich arbeite dran. Okay. Ich bin doch schon die ganze Zeit in dieser verfluchten Mine hier unten. Wow. Ich parke hier voll durch die Gegend. So. Ich repariere erstmal mein Repair-Tool. Dann hau ich jetzt einfach nochmal ein paar... Moment, ich brauch noch Treppen. Treppen, Treppen, Treppen. Repair-Tool-Seption. Ja, genau. Genau, ich wollte ja noch ein paar Pipes erstellen, damit wir mehr Gitter haben. Make it up. So. Also, Cobblestone. Was? Zwerg müsste welcher? Also. Wollt ihr mich jetzt ärgern? Ja. Wo ist denn jetzt der Cobblestone? Sag mal. Wenn ihr mich in der Mitte findet, dann gebe ich euch Cobblestone. Gut. Okay. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Wir haben 10 Uhr. Da könnt ihr im Übrigen, wenn es blöd läuft, gerade in dem Moment, wo ihr ums Eck kommt, eine Sprengung stattfinden. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh. Ja, ja. Das ist toll. Jetzt werken, hast du Cobblestone? Boom. Genau. Jetzt bin ich auch nicht mehr. Ich bin immer noch traurig. Ich bin echt immer noch traurig. Warum? Was? Ja. Wegen dem Halshing-Reifen? Weil du explodiert bist? Ja. Nein. Nee, das ist nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ja erst zweimal gestorben in dem Let's Play. Aber. Was wirklich schlimm ist, ja. Dass ich immer noch nicht dieses blöde Hunting-Rifle craften kann. Ich bin traurig. Wo? Wo finde ich dich denn in der Mine? Ich bin jetzt ganz unten gerade. Das war nicht so richtig. Verstecken-Spiel, ja. Nein, ich habe gar keinen Cobblestone. Ah, ja. Ich habe, ähm, weil ich brauche den Zement erst und dazu muss ich erst mal Zement herstellen. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Mannswerk, es muss schneller gehen. Oder soll ich dir helfen? Er war vor der Aufnahme eine Stunde am Ressourcenfarmen. Warte, was war das? Ähm, ich. Ja, ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist ja nicht auf der Aufnahme drauf. Hättest du was gesagt? Hätte ich dir trotzdem nicht geholfen. Hey. Ain't nobody got time for that. Ja. Hat irgendjemand Cobblestones für mich? Ich soll doch helfen. Ich weiß gar nicht, wir könnten auch zum Beispiel schon mit dem Graben um die Mauer anfangen. Ja, aber eigentlich wäre die Mauer jetzt fertig machen erstmal gar nicht schlecht. Also die Mauer finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, also wie schon gesagt, ich bin ja seit gefühlten 10.000 Folgen dabei. Jetzt mache ich hier aber nochmal ein paar Iron Bars für die Wehrgänge dann. Was? Wir können ja achten. Okay. Oh, diese Iron Bars sind so teuer. Wahnsinn. Hey, aber Zweck, hast du nicht noch ein paar 9 Millimeter hergestellt? Nein, weil ich sammle ja auch gerade dafür die Rohstoffe. Oh, okay, gut. Dann mache ich jetzt... Alles in einem. Ich bin hier gerade in der Mine damit beschäftigt, wirklich mal ein bisschen Rundumrohstoffe zu farmen. Mach das, mach das, mach das. Oh, verdammt. Warte mal, ich könnte hier noch ein bisschen Fertile-Säule reinfüllen. Was soll ich dann jetzt tun? Holz. Was? Holz ist nie verkehrt. Holz kann man immer in Mengen brauchen, wenn es zum Verschüren ist. Oder auf Entdeckungstour gehen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Entdeckungstour. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Dann können wir... Oh, verdammt. Okay, warte, da muss ich aber als erstes mal mein Inventar ein bisschen klären, weil so geht das einfach gar nicht. Ich auch. Aber ihr habt da ja jetzt eine neue Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hin tun soll. Ich auch nicht. Einfach da rein, wo es... Wo Platz ist. Nee, wo einfach dasselbe Rohstoff schon liegt. Mhm. Äh, das ist, leichter gesagt, das getan. Ja, das stimmt. So, okay, da schmeiß ich jetzt nochmal das rein. Das sind noch 10 Millimeter. Die brauche ich nicht mehr. Hot Gun Shells. Dann, okay, ich mache jetzt echt mal diese Blunderbuster raus. Die brauche ich sowieso nicht. Du die dabei gehabt? Ist doof. Ja. Die macht aber viel zu wenig Schaden. Ja, die ist halt am... Eigentlich ist das so die Waffe, die man halt am Anfang baut. Vor der Pistole. Wir haben halt gleich dann auf die Pistole umgeschwenkt. Mhm. Und... Aber da bin ich mit Crossbow eigentlich besser, muss ich sagen. Ja. Also Crossbow geht sowieso irgendwie alles. Das ist die erste, ähm, die erste Waffe, mit der man so quasi schießen kann. Oh, wir haben wieder ein paar Clothfragments, fällt mir grad auf, beziehungsweise Coton. Mhm. Oh, oh, das ist sehr wichtig. Ist denn der eine allerdings schon? Weil das brauchen wir für die Weapon Repair Kits. Okay. Ja, hab ich da grad rein, aber viele sind's nicht. Okay, warte mal, ich nehm mir mal noch ne Fackel mit. Glass Jars brauch ich jetzt nicht. Kleine Walba hab ich da auch noch rein. Bisschen was zu essen könnte man noch mitnehmen, obwohl, was hab ich denn jetzt dabei? Aber ich mach jetzt noch die Iron Brass, genau. Drei essen, fünf zu trinken, passt. Hehehe. So. Was lachst du so? Ich find's immer noch lustig, dass mich niemand in der Mine gefunden hat. Ja. Vielleicht will dich niemand finden. Vielleicht will einfach nur niemand was mit dir zu tun haben. Genau. Alles nur zur Ahnung. So. Meine Miezen. Na, jetzt schauen wir mal. Was machst du da? Ja, arbeite ein bisschen. Wollte ich jetzt eigentlich. Ich brauch was essen. Äh, essen, essen, essen. Essen, essen. Wo gab's denn Essen? Da hinten. Hm. Ah, nehmen wir noch mit'sn Chicken Ration mit. Dann noch ein bisschen Grilled Pork. Meißen wir uns auch noch rein. Jetzt stink ich schon wieder. Meine Güte. Versuch das mal in den Kochtopf reinzubekommen. Vielleicht hilft das ja echt. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch einen Haufen Leak. So, ich mach jetzt nur noch die Iron Bars fertig. Dann können wir losziehen. Ja. In welcher Truhe ist Cotton? Ich hab's jetzt irgendwo da oben reingeschmissen. Ne, Moment. Wurde ich's reingeschmissen? In die hintere Truhe, glaub ich. Ne. Hä? Reicht das mal? Okay, ich weiß schon nicht mehr. Ah, ne, da oben in die Supply Chest. Okay. Okay. Äh. Äh. Schmeiß ich noch mal meine Schuvel raus. Warum schaut die eigentlich anders aus als die Shotgun Barrel? Shotgun Short Barrel. Ach so. Machst du, wieso hab ich das denn jetzt alles ins Inventar aufgenommen? What? Gut. Äh, warte mal, wo waren denn die Iron- Hä? War die Iron Bars? Nina? Hm? Hast du grad alles aus der Kiste rausgenommen? Ich hab aus Versehen die... Ja, ich hab... Ich klicke mich schon so. Hä, da war doch grad noch was drin. Ich räum's grad wieder rein. Kein Ding. Ich hab mich eben auch so gefragt. Ja, genau. Ich hab mich eben auch gefragt. Hä, mein Inventar war doch grad noch leer. So schnell kann's gehen. Schwuppdiwupp. Oh, ich bin schon fast alle 14. Nice. Oh Gott, ich hab noch 52 Wellness. Wow. So. So. Gut. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen Zement. So, wir sollten auch mal losgehen. Wenn wir noch vor... Genau. Bevor wir vor... Jetzt wird's ein bisschen knapp bei euch, ja, das stimmt. Hey, was heißt knapp? Es wird insgesamt knapp, vor allem für Tag 7 und so. Mhm. Ja, morgen müssen wir halt dann die Mauer nochmal zusammen machen oder so. Wir könnten ja auch nur mal zu der kleinen... Moment. Was? Äh, wir könnten nochmal zu dem kleinen Dorf gehen. Nördlich, obwohl, das hab ich erst gelootet. Wenn, dann wär ich sogar dafür, dass wir südlich irgendwie uns halten. Ja, lauf einfach mal los. Ich lauf dir nach. Alles klar. So, Crossbow in die Hand. Ich stink auch wieder mal, wie immer. Bitte? Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Geh mal duschen. Oh. Genau. Ja, stimmt, die waschen sich ja hier auch nicht. Raus im Wald. Die waschen im Moment. Ja, da war ich vorhin auch, aber das ist abgeschlossen. What? Okay, dann brechen wir uns einfach den Weg frei. Ja, und dann musste ich zurück. Ich hab dann nur irgendwie Zombies abgeschossen und dann musste ich zurück, weil es schon wieder Abend war. Ja, ist gar nicht so schlecht, dann wird's gar nicht so weit ziehen. Weil sonst kriegen wir hier Probleme. Problems. Ich nix, wir sind Probleme. So, so langsam wird's hier ein bisschen übersichtlicher mit dem ganzen Stuff. Aus dem Weg da, ich bin ein Rettungsmarquis. Was bist du? Ein Rettungsmarquis. Hey, Moment, das ist ein Gans-Safe. Den öffne ich mal. Bottle-Porder. Ich hab' ne Pistol. Oh nice. Da hinten wo ein Mord, Nina, irgendwo durch die Gegend. La, la, la. Oh, hä, hunting rifle. Bottle-Barrell. Äh, warte? Wartet mal, wer sich jetzt einen Hunting-Rifle macht. Ich seh' nicht. Das ist echt ein Hunting-Rifle-Barrell. Bleh, bleh, ja. Ist zwar ein ganz schlechter, aber besser als nichts. Bääll. Versuch mal, ob wir den wirklich, ähm, ne, kann man nicht. Wir können keinen Mold draus herstellen, das ist so bescheuert. Oh, ich hab' Pain-Killer. Nice. Oh, ich hab' Bottled-Woder. Also, Mold geht nicht. Empty-Cam, das braucht keine, äh, keine Nudel. Dann messen wir jetzt nochmal der Gegend rum. Das nehm' ich jetzt wahrscheinlich sowieso gleich wieder auf. Mit der Empty-Cam. Die Küche sieht ja cool aus. Sie sieht viel zu neu aus. Ja, so schön rot. Oh, wir könnten uns ein paar Couches mitnehmen. Dann hätten wir's gemütlich daheim. Nein. Nein. Geht's hier irgendwie noch weiter rauf? Nö. Sieht nicht so aus, ne. Da, 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 da. Was? Oh, doch, stimmt. Kannst du da... Da, 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 da. Na toll, hier ist aber gar nichts los. Nicht? Dann brauch ich auch nicht hochkommen. Okay, short iron pipes nehm' ich jetzt mal mit. Da könnte ich jetzt das Ding zerstören. So, okay, Moment, wow. In welche Richtung willst du dann weitergehen? Ähm, gute Frage. Gehen wir überhaupt noch weiter oder gehen wir gleich? Ja, okay, gehen wir noch weiter. Wir sind ja erst drei. Sind gerade erst losgegangen. Ganz ehrlich, dann gehen wir doch mal hier weiter. Oh, da hinten ist ein, ein, ein Wägelchen. Kann sein, dass der vorhin schon war. Ich weiß aber nicht mehr. Cobblestone ist jetzt wieder ein bisschen was da. Ja, das ist echt schon geleert. So. Oder ist ein... Ich bin hier noch nie entlang. Oh, ein Hirsch. I missed. Na, endlich. Okay, warte, das nimmst du zu auf, weil du stinkst ja sowieso schon. Oh, ich hab Sneak Damage Bonus bekommen, ja. Oh, ich hab's gar nicht erst versucht. Ey, aber hier schaut's nett aus. War ein Witz. Oder hat sogar einiges gegeben. Okay, ich hör Zombies, ich hör Zombies. Wow, wow, das sind Zombies. Was, 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 was? Okay, ich hör eigentlich nur ein Zombie. Ich seh nix. Komm hier, putt, putt. Oh, erst mal verfehlt. No. Hier. Hm. Noch was? Ah. Puh, das war knapp. Warte mal, ich hab grad auch irgendwas. Erst mal durchsuchen. Geil, Wood Planks. Der hat auch einen sexy Hintern, findest du nicht? Hm? Ist bisschen verdreht. Nette Unterhose. Oh, da warte mal, da ist ein Crawler. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, der ist tot. Hm? Hey, ich kann ihn nicht durchsuchen. Jetzt. Was? Ah. Kann er seinen Hintern durchsuchen? Schön, Marki. Mach das. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Schwein. Klingt komisch, ist aber so. Hey, aber hier geht's in so'n komischen... Voll schnell weg. ...in diesen brennenden Biom. War das der Radioaktive oder war das der... Nee, der brennende, da kommt mal rein. Ist das der, wo wir schon mal drin waren? Äh, ja zumindestens. Okay, wir waren nicht in dem Eck, glaube ich, aber warte mal. Car... Aber dasselbe Biomart. Was kann man denn aus diesem Car-Brass-Radiator machen? Probier das jetzt mal kurz irgendwie aufzulösen. Oh, ich höre ein Zombie. Ach, da kriegen wir nur Scrap-Brass raus. Bäh. Rennen und Wund ist. Da hinten, hinten, hinten. Von Osten. Und ich bin auch... ...wundet. ...wundet. Oh, der brennt. Der Zombie brennt. Oh, das ist einer ganz nah. Wow. Wow, wo kommt der denn her? Pass auf, jetzt müsst ihr auffassen, dass sie sich gegenseitig erschießen. Okay, ne, ist sehr schön. Okay, warte, ey, das ist echt... Burned Zombie. Der hat zwei Painkiller dabei und Rotting Flash. Okay, das nehme ich jetzt nicht mit. Oh, da hinten ist noch... ...das ist noch so ein Brenner. Toll vor daneben. Der hat so Augen so glühende. Das schaut richtig cool aus, irgendwie. Hallo, jetzt stirbt doch mal. Ich treffe einfach nicht. Oh, ich habe den falschen Tasten. Nimm das. Okay, Nummer eins. Was geht's, wenn ich? Was mache ich denn? Na, also. Da hinten ist auch noch eine gewesen, aber ich sehe sie gerade... Da, 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 das ist eine Krankenschwester. Ja, genau, die meinte ich. Toll, jetzt habe ich ihren Hals getroffen. Ich bin immer noch nicht so weit drin, wie ich gerne sein wollen würde. Was? Bandagen. Das kann jetzt auch wieder. Und Penkeler. Was? Mann, Zwerg. Sehr eklig. Was denn? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ey, waren wir in dem Haus da hinten schon? Oder ist das hier wegen dem Gebiet so? Ich glaube, das ist wegen dem Gebiet so, aber es ist echt irgendwie leicht unheimlich. Mal, was liegt denn da rum? Boah, ho, ho. Na, schaut, all den Pibs nehme ich jetzt mal mit. Okay, da drüben sind solche Ruinen. Da steht ein Zombie mitten auf der Straße rum. Oh, da sind ein paar mehr. Okay, let's go. Let's go for it. Wow, nice. Was habe ich denn hier für eine Kette rum? Auch weggehauen? Nee, das ist ein Schild. Das sah aus wie so eine hängende Kette. Ja. Was? Wow, Alter, ich bin gerade richtig gut im Zielen. Oder oben ist auch noch einer auf dem Haus. Guck mal. Oh, stimmt. Eine. Oh, nett. Nett. Ja, klappt mittlerweile ganz gut. Das ist echt voll der Sniper hier. Das ist krass. Wow, ich höre irgendwie einen. Ah, da oben, da treibt sich noch einer rum. Pulls ein, ja. Oder hinten ist auch noch. Ja, dann schnappe ich mir. Sehr schön. Okay, und jetzt. Loot. Obwohl, ich höre schon wieder irgendwelche Viecher rum. Wow, da ist noch ein dicker. Ah. Ii, was ist denn das für eine Hilfe? What? Das ist wieder so ein Brenner. Wow, hier sind aber richtig viele Zombies. Das gibt's ja nicht. Kann das sein, dass die jetzt langsam nachspawnen? Äh, hier sind auf jeden Fall gerade richtig viele unterwegs. Also wir haben jetzt gerade echt einige gekillt. Ja, aber die Erfahrung hatten wir beim letzten Mal auch gemacht, dass wir in so einer Aufnahmesession erst mal ein bisschen aufnehmen müssen und dann erst die Zombies tatsächlich kommen. Ja. Aber das sind schon komische Gestalten hier. Ich höre schon wieder irgendwas. Wow, da kommt noch eine Krankenschwester. Ja, voll daneben. Da ist ein Crawler, ein Crawler neben dir. Hinter dir. Oh, du läufst gerade voll, weil seine Nase erst tot. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Wow, das war gar nicht krass. Pain Killer? Ich muss noch meine Spiel-Lautstärke. Laut, hä? Oh, ich kann auch nur... Was? Wo stehst du hin? Ich habe gar nicht geschossen. Habe ich gerade geschossen? Also, nicht, dass ich es mitbe... Nee, ich habe nicht geschossen. Lustig. So, ist hier noch irgendwas? Wir könnten da hinten... Na gut, es ist jetzt schon voll spät. 18 Uhr. Wir sollten mal zurückgehen. Ja, wir checken jetzt nochmal kurz... Warte, checken wir nochmal kurz das Haus ab. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Okay, das brauche ich eigentlich jetzt nicht direkt. Aber hier, es wird echt Zeit. Ei, ich will nur jetzt schauen, vielleicht ist hier irgendwo... So, jetzt komm, los. Gleich, 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 gleich. Äh, warte mal, da ist noch ein Madison... Man sieht hier auch voll nichts mehr in dem Gebiet. Es ist stockdunkel. Nicht, dass da oben noch so ein... Irgendwas tolles rumliegt und ich vergesse es jetzt mitzunehmen. Kann ich mir niemals verzeihen. Okay, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Komm, bewegt deinen Hintern. Ja, 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 sofort. So, das durchsuche ich noch und ne... Okay, da ist nichts drin, ich verpiss mich. Nein! Was? Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich bin gerade von nem... Ich bin gerade voll von nem Haus gesprungen und was passiert? Nichts. Ernsthaft? Ah ja. Das gibt's doch nicht. Normalerweise brech ich mir bei sowas immer die Beine und da so... Ja, dann freu dich. Das schaut so creepy aus jetzt gerade. Okay, wir sollten... Okay, ich hab Angst. Also, ich bin schon wieder auf dem Weg jetzt. Komm. Ja, ich... Ich komme. Ich folge dir. Ich glaube, ich sollte mir ein Bier reinpfeifen, dann kann ich schneller laufen. Genau. Unbedingt, Marki. Können wir. Ist aber wirklich so. Ich sehe absolut gar nichts. Ich sehe auch das Haus nicht. Ich laufe jetzt einfach mal da dem Kompass nach. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich bin unter der Erde. Ich bin im Safe-Haus. Ich hab Angst. Hier ist es verdammt dunkel. Oh nein, ich kann jetzt auch nicht mehr rennen. Warte mal, Zombie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ich bin noch am Weg nach Hause. Kacke, ich kann nicht mehr rennen jetzt. Was doof er ist? Oha, das ist gerade so gruselig hier. Ich bin schon in der ersten Ebene. Verdammt, da ist ein Zombie. Es rennt. Es rennt. Es rennt, es rennt, glaube ich, dir hinterher. Oder nee, es läuft einem Hirsch hinterher. Mhm. Okay, ich hab irgendwas gehört. Boah, ich will das Haus jetzt wieder sehen. Das ist so verkehrend. Wo sind die? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Das ist so neblig. Ich hab gerade irgendwie Bock, mich in einem Haus zu verstecken. In diesem Wald. Maki, ist die Mauer jetzt eigentlich sicher? Nein. Also nicht direkt. Obwohl, ja, ist auf jeden Fall an jeden Stellen mindestens zwei hoch. Wie sieht's ums Haus rum aus? Kann man da jetzt... Ich stehe direkt auf der Eingangstür. Okay. Also wenn... Bin gleich da. Also wenn ihr... Da sehe ich jemanden laufen. Nummer eins. Ich beschütze euch auf dem Weg rein. Sehr gut. Ich höre irgendwas. Ich glaube, das ist der Hügel. Von dem Häuschen. Da war... Also du wirst ja denselben Weg gehen wie ich. Da war eben nix. Okay, warte. Ich glaube, ich sehe unsere Mauer. Ja, ja, ja. Okay. Ah, da ist der Zwerg. Hey, da ist der Zwerg. Nein, das bist du. Nein, das ist... Okay. Komm weiter, komm weiter, Coco. Ich beschütze dich auf dem Weg reinwärts. Ja. Oh, geschafft. Home, sweet home. So. Und dann, Freunde, würde ich sagen, machen wir jetzt einen ordentlichen Cliffhanger rein. Ja, genau. Es geht in der nächsten Wolke weiter. Oh, genau. Wow, da sind... Das ist... Bis dann. Bis dann. Ciao.